hallo und herzlich willkommen bei basteltube himmel und hölle wer kennt es nicht das kleine spiel für groß und kleinheit es wird gefaltet aus einem quadratischen stückchen papier und zwar geht das ganze so wir falten einmal im prinzip alle ecken einmal gegeneinander gegeneinander die seite wieder auf nächste seite wieder auf so jetzt die spitzen gegeneinander wenn euch das video gefällt könnte auch gerne kommentare nachher da lassen oder auch also hier einmal die ecke jetzt in die mitte genauso wie die anderen ecken alle in die mitte so und versucht möglichst die ränder hier zu treffen wenn ihr wollt könnt ihr auch gerne ein abo da lassen damit ja auch weiterhin videos von mir seht also benachrichtigung bekommt wenn ein video hochgeladen wird alle vier seiten für ecken zur mitte gemacht gut dann drehen wir das ganze jetzt um machen dasselbe hier noch mal die ecken zu mitte hin es müssen schwierig zu sehen ist bei dem papier gebe ich ehrlich zu das ist bei einem unifarbenen papier ist aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen angenehmer so dasselbe noch mal schön zur mitte so was wir jetzt machen ist einmal die dreiecke hier noch mal nach knicken jetzt sind wir schon mal so weit ist wir können jetzt wir sehen da wo hier diese ecken sind das wird unsere außenseite wo wir jetzt einmal mit dem daumen daumen reingehen die nach oben klappen nach oben klappen sieht man das genauso wie hier einmal rein einklappen beim letzten beim letzten dasselbe spiel nochmal somit hätten wir unser himmel und hölle spiel fertig jetzt kann man natürlich die seiten hochklappen zahlen drauf schreiben hochklappen und die zukunft unterschreiben so ich bedanke mich für euer zuschauen wie gesagt ihr könnt auch gerne ein abo da lassen kommentiert wenn ihr möchtet und habt spaß beim basteln ciao